Der Computer nicht. Oh, der ist abgeschützt. Ich schaffe ihn. Wer dann? Nein. Ich mache das. Und die Glasie. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Klappt es, ja? Vielen Dank. Vielen Dank. Und ist die Lesart von jedem Einzelnen von ihnen Mutawater oder nicht? Und wenn sie Mutawater sind, was gilt dann in Bezug auf die Person, die sie alle leugnet oder einen einzigen Buchstaben davon? Er sagte, alles so gut wird, die Qiraat, die As-Shatibi erwähnt haben. Die As-Shatibi, die ersten Sieben von dieser Auflistung von den Zehn, die wir gemacht haben. Also Nafr, Ibn Kathir, Abu Amr, Ibn Amr, Asim, Hamza und Al-Kisai. Er sagte, die Qiraat, die Imam al-Shatir erwähnte, so wie die weiteren drei, nämlich die Qiraat von Abu Ja'far, Ya'qub und Khalaf, sind Mutawater und ein unbedingter Bestandteil der Religion. Also die Qiraat, die Imam al-Shatir erwähnte, damit will man sagen, es ist keine Sache, das Ich-Dihad, sondern es ist eine Sache, die hundertprozentig Teil der Religion ist und nicht zurückgewiesen werden kann. Genauso wie das Salah ein Ma'lum, mit dem der Qiraat ist. Das heißt also, es ist unbedingter, notwendiger Bestandteil der Religion, nicht wegzudenken. Warum? Weil es eben Mutawater ist. Es ist so, wie wenn der Prophet Salah das direkt ins Gesicht gesagt hätte. Das kannst du nicht zurückweisen. Er hat es nicht gesagt. Er hat es gesagt. Und er sagte, jeder einzelne Buchstabe, und übrigens auch das Schöne an der Fatwa ist, Mohammed bin Jazari, wir haben gesagt, er war selbst ein Imam und gelater. Auch der schafiitische Rechschule selbst. Und er war Hadith-Gelehrter. Aber wofür ist er am meisten bekannt geworden? Zweifellos für die Ilm-Qiraat, die Wissenschaft der quranischen Lesarten. Und deswegen, wer ist der Gelehrter, oder ist ein Gelehrter, der den Quran befugt, zu urteilen über zum Beispiel Halal und Haram? Mit Sicherheit nicht. Das ist die Aufgabe eines. Fakih, richtig? Ist ein Gelehrter der Qiraat befugt zu sagen, das und das ist ein unbedingter Bestandteil der Religion? Mit Sicherheit nicht. Das ist ebenfalls ein Fakih. Und das ist, was hier eben der Fall ist. Oder auch, ist ein Gelehrter der Qiraat befugt zu sagen, diese Überlieferungsketten sind sahih und diese sind ein Tawater. Nein, das ist die Aufgabe des Hadith-Gelehrten. Und so weiter und so weiter. Jeder hat ja seinen Fachbereich. Das ist die Theorie. In der Praxis natürlich, es ist schwer wegzudenken, dass jemand sich nur in einem Gebiet spezialisiert und mit anderen nichts zu tun hat. Irgendwelche Grundlage wird er schon haben. Und deswegen ist es gut, dass er hier jemand anderes fragt, der die Sache beurteilt und seine Antwort hier. Und dann sagt er, Rahimallah Ta'ala, jeder einzelne Buchstabe und sei er nur von einem von ihnen, das heißt von den zehn überliefert worden, ist unzweifelhaft Teil der Religion, wurde dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam offenbart. Nur jemand, der rechthaberig und unwissend ist, wird hier widersprechen. Dass diese Lesarten Mutawater sind, ist nicht nur denjenigen bekannt, die sie gelernt haben, sondern jedem einzelnen Muslim, der bezeugt, dass es niemanden gibt, der der Anbietung würdig ist außer Allah. Und dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahs Gesandter ist. Selbst wenn ein ganz einfacher Mensch ist, der nichts vom Koran auswendig kennt. Was impliziert diese Aussage? Das impliziert, dass die Menschen zu seiner Zeit, für sie war das eine Selbstverständlichkeit. Im Gegensatz zu den Menschen heutiger Zeit, die teilweise nicht einmal wissen, dass es überhaupt Lesarten des Korans gibt. Ihr seht, wie das Wissen von Zeit zu Zeit abnimmt. Das war im 9. Jahrhundert. Der Glata ibn Salah, das ist einer der Hadith gelerbten, was also die Voraussetzungen nicht erfüllt, wie alles außer den 7 oder 10 Qiraat, darf nicht gelesen werden. Dies ist nicht nur Makruh, sondern Haram. Das heißt also, als Koran gelesen werden. Fazit, alle 10 Qiraat sind Mutawater und Teil dessen, was Allah azza wa jall als Koran offenbart hat und somit unbedingter Bestandteil der Religion. Man darf keine Mutawater im Qiraat einer anderen dahingehend vorziehen, dass man eine für richtiger hält als die andere, sondern ansonsten darf man persönlich eine Qiraat im Salah lieber lesen als eine andere. Wenn ich sage, ich mag lieber Hafs lesen als Warsh oder so, das ist kein Thema. Das ist sein persönlicher Geschmack. Die heutigen 10 Qiraat bilden einen Teil der 7 Harf, jedoch nicht alle. Das ist was wir zusammengefasst in diesen Sagen. Warum reden die Leute von 7 Qiraat manchmal und nicht von 10? Weil eben diese 7 historisch gesehen bekannter geworden sind. Ganz einfach. Bekannter geworden sind und nicht zuletzt gab es einen Imam, der hieß Al-Qasib al-Mufir al-Shatibi, nachdem dieser eine Überlieferungsweg al-Shatibia genannt wird. Er hat ein Gedicht geschrieben, über die koranischen Lesarten, über die 7 koranischen Lesarten, das sehr berühmt geworden ist und dem nachher auch viele andere nachgemacht haben. er hat ein, noch inshallah, aber ich kann es ja kurz sagen, er hat ein, er hat das Buch Al-Taysir von Imam Abu Amr al-Dani genommen, das ist ein Buch, das über die 7 Lesarten ausführlich spricht, wer wie wo was liest und dann hat er daraus ein Gedicht gemacht und das Gedicht besteht aus 1173 Versen mal 2 und das ist sozusagen jeder, der sich, jeder, der in diese Wissenschaft geht oder das lernen will, muss dadurch, so ungefähr. Und deswegen sind sie berühmter geworden, als mit Sicherheit viele andere Lesarten. Tayyib und natürlich wir haben gesagt, dass Ibn Mujahid rahmahullah ta'ala dieses Buch geschrieben hat, das 7, wo er 7 Leser aufgelistet hat, damit es übereinstimmt mit den 7 Harf. Und das ist dann klar, dass das eher Wellen schlägt, als wenn jemand was anderes macht. Und was die anderen gemacht haben, sehen wir jetzt, die Muslime pflegten in vielen Lesarten, zu lesen, bis die Gelehrten der Qiraat begannen, Bücher zu schreiben, in denen sie diejenigen Qiraat aufschrieben, die sie beliefert bekommen hatten. Manche hatten die Qiraat von 25 gesammelt. Also nicht nur die 10, sondern noch 15 weiter. Wie Abu Ubeid. Manche 5, wie der Koranlehrer Ibn Jubeir, hier Nakhqil Ibn Ishaq der Malikit, und sammelte in seinem Buch 20. Er war ein Freund einer der 10 Qare. Danach kam Abtabari und sammelte mehr als 20. Hiernach kam Abu Bakr Mohammed Ibn Umar und nahm unter anderem Abu Ja'far einen der 10 Koranlehrer auf. Andere wiederum sammelten 8, wie Tahir Ibn Galbun. Der Erste, der nur 7 sammelte, war Ibn Mujahed in Baghdad im Jahr 300 islamischer Zeitrechnung zu seiner Zeit und danach erschienen Abu Bakr Ibn Ahmad Ibn Nasser As-Soudai und Abu Bakr Ahmad Ibn Hussein Ibn Mehran Autor von Al-Ghayah und anderen und so weiter. Dann kommen wir zu Bekannterem. Außerdem tauchte im 6. Jahrhundert islamischer Zeitrechnung einer der berühmtesten Gelehrten auf dem Gebiet der Qiraat auf, nämlich Al-Qasen Ibn Firruh Ibn Khalaf Ibn Ahmad As-Shatibi Al-Ru'ayni Al-Andalusi Also hat in Andalusien gelebt, bekannt als Imam As-Shatibi. Und er schrieb dann, dass dieses Gedicht, das sieben Qiraat auf einem sprachlichen Niveau und in einer dichterischen Form beinhaltet, wie es ihm bis heute niemand nachzumachen vermochte. Also viele danach haben etwas Ähnliches gemacht, aber viel kopiert. Dieses Gedicht wird heute noch von Ausnahmen abgesehen von jedem Schüler der Qiraat gelernt, da viele Koranlehrer dies für jeden voraussetzen, der die sieben Qiraat lernen möchte. Das Gedicht basiert auf dem Muqa al-Taysir bin Abu Amr al-Dani. Und so gab jeder das weiter, was ihn an Lesarten erreichte. Bis zum Ende des vierten Jahrhunderts islamischer Zeitrechnung war nichts von den Qiraat nach Andalusien oder in das Gebiet des heutigen Marokko eingedrungen. Abu Umar, Ahmad ibn Muhammad ibn Abdullah, der Autor des Buches Al-Rawda, war der erste, der die Qiraat nach Andalusien brachte. Er starb 429 nach Hijra. Ihm folgten Maki, Abi Talib, der Autor von al-Tabsir al-Kashf al-Ibana und anderen Bischofen. Hiernach kam Abu Amr al-Dani, Autor von al-Taysir und Jamal al-Bayan. Dies gab einen guten Einblick, wie wichtig die Namen und Daten der Überlieferer für die Beurteilung der Authentizität der weitergegebenen Informationen sind. Der Islam ist die einzige Religion, die über ununterbrochene Überlieferungsketten zwischen ihren Propheten bis zu seinen heutigen Nachfolgern verfügt. Was meint ihr, wie die anderen Religionsgemeinschaften unter dem Volk der Schrift sich wünschen würden, wenn sie nur einen Sanat hätten, der bis zu ihren Propheten geht? Abdullah bin Mubarak, Rahim Allah Ta'ala, sagte, Al-Isnadu min al-Din, walau lal-Isnad, laqa la mancha'a, mascha. La-Isnad, das heißt die Überlieferungskette, ist Teil der Religion. Gäbe es keinen Isnad, würde jeder sagen, was er will. Deswegen, wenn jemand was erzählt, sagst du immer, woher hast du das? Religion ist immer überliefert, es geht nicht, was aus dem Ärmel. Sagst du deine Meinung, sag, ich habe meine Meinung. Hast du das überliefert, dann sag, von wem? Die Qiraat kann man jetzt einteilen, alles, was uns überliefert worden ist, kann man einteilen in verschiedenen Kategorien, entsprechend der Authentizität. Die werden überliefert, wie Hadithe überliefert werden. Manches davon ist authentisch, manches davon ist weniger authentisch, manches davon ist sehr authentisch, manches davon ist gar nicht authentisch. Wie jede andere Geschichte auch. Die erste Kategorie sind die Mutawatir Qiraat. Das bedeutet, dass eine Information über eine Form anliefert wird, wobei auf jeder Stufe, beziehungsweise in jeder einzelnen Generation so viele Menschen sind, die diese Information weitergeben, dass es schlicht unmöglich ist, dass sich all diese auf eine Lüge hätten einigen können oder denselben Fehler hätten begehen können. Diesen Status haben wir bei den zehn Ra'at, wie wir erwähnt haben. Zweitens, Maschur. Maschur ist im Arabischen, heißt bekannt, sprachlich heißt bekannt. Mutawatir heißt aufeinander folgend, einer nach dem anderen, einer nach dem anderen. Also nicht nur einer, sondern viele in den anderen. Wer heißt das, Maschur bedeutet bekannt, ist eine Stufe über Sahih und unter Mutawatir. Also wenn einer sagt, das Hadith ist Maschur, dann per Definition ist es nochmal eine Stufe über dem Sahih. Weil Sahih, was sind die Voraussetzungen für ein Sahih-Hadith? Wer kennt die fünf Voraussetzungen? Damit sich eine Information authentisch erreicht, was muss gegeben sein? Niemand erzählt dir etwas über eine zweite Person, dritte Person, dass eine Person etwas gesagt hat. Wie weißt du, dass diese Information richtig weitergegeben wurde? Ob die Information richtig oder falsch ist, ist etwas anderes. Vielleicht hat der Erste gelungen. Aber es geht darum, wie hat sich diese Information richtig auf jeden Fall verloren? Das steht nicht so, dass ich hier verlehrt habe. Person muss wahrhaftig sein. Wer? Die muss überliefert. Okay, sagen wir, jeder Einzelne, jeder Einzelne muss wahrhaftig gewesen sein. oder ehrlich gewesen sein oder Sadduk gewesen sein. Okay, das ist Nummer eins. Erste Voraussetzungen. Die Belegungskette muss ununterbrochen sein. Genau, die Belegungskette muss ununterbrochen sein, muss geschlossen sein. Etisal nennt man das. Okay, wenn eine Person dazwischen unbekannt ist oder eine überliefert, du überlieferst zum Beispiel über deinen Urgroßvater, den hast du nie getroffen. Und du sagst uns nicht, über wen du das gehört hast, dann ist hier für uns eine Unterbrechung. Und wir wissen nicht vom Vater. Kann sein, du hast von deinem Vater. Muss aber nicht sein. Wissen wir nicht. Deswegen, jetzt haben wir zwei Voraussetzungen. Also die Ehrlichkeit, sage ich mal, und die Ununterbrochenheit. Drittens. Okay, ich formule es mal anders. Das, was uns da überliefert wird, darf nicht dem widersprechen, der sich bei uns schon bewahrheitet hat. Also was schon gesichert ist. Und das kann ein Koran sein, kein ein Hadith sein, der auf jeden Fall schon sahih ist. Okay, aber das nennt man dann, das heißt, der Hadith darf nicht Schad sein. Schad bedeutet, er wäre eigentlich an sich vollkommen in Ordnung, diese Überlieferung. Aber sie widerspricht etwas, was viel authentischer ist. Und das könnte der Koran sein, könnte andere Hadithe, das Propheten sein, sallallahu alaihi wa sallam. Für die Muslime sind die Hadithe bei Bukhari und bei Muslim die wertvollsten Hadithe. Weil sie die authentischsten sind und die strengsten Voraussetzungen erfüllt haben. Und deswegen, wenn einer in einem Hadith aus einem Buch, was ist, zum Beispiel Tariq Baghdad, gibt es auch Hadithe, die überliefert sind. Aber diese im Vergleich zu dem Sahih Bukhari können nicht standhalten. Das wären jetzt drei Voraussetzungen, richtig? Fehlt noch zwei. Dass mehrere Leute das Gleiche sagen. Dann würdest du sagen, wenn nur eine Kette gibt, schmeißt du es weg. Nein, nein. Ah, dann ist keine Voraussetzung für Sahih. Das ist nicht. Das haben wir die Ehrlichkeit, die sind ehrlich. Die sind ehrlich. Er darf nicht vergesstlich sein. Okay. Der Woraussetzungen sagt, nicht vergesstlich sein. Wir drücken es ein bisschen anders aus. Er muss genau gewesen sein. Hadabd. Okay. Ist praktisch, Vergesslichkeit ist eine Sache, die die Genauigkeit infrage stellen würde. Deswegen dachten wir über die Genauigkeit, Hadabd. Das heißt, der Überliefer reicht nicht, wenn er ein ehrlicher Mensch ist. Inshallah seid ihr alle ehrliche Menschen. Aber wenn wir aus der Sitzung rausgehen, erzählt dann jeder von euch über mich das, was ich wirklich gesagt habe. Manche verstehen falsch. Die sind ungenau. Die haben nicht genau zugehört. Versteht ihr? Er hat einen halben Satz. Er erzählt weiter, was er verstanden hat. Deswegen die Genauigkeit ist eine zweite Voraussetzung bei den Überlieferern an sich. Und dann gibt es eine fünfte Voraussetzung, die ist nicht so einfach. Rechtschaffen. Das haben wir schon. Ehrlichkeit. Ehrlichkeit. Das bedeutet Rechtschaffen und diese Sachen. Das ist ein Thema für sich, aber ich will es nur zusammen. Und die letzte ist, es darf keinen versteckten Fehler geben. Versteckten Fehler. Versteckte Fehler, sagen wir, darum dreht es sich eigentlich hauptsächlich bei den Hadith-Gelehrten. Weil diese offensichtlichen Sachen sind kein Thema. Aber es gibt versteckte Fehler, wie zum Beispiel, du verstehst du ja, also da gibt es jetzt grenzenlose Beispiele dafür. Aber angenommen, du hast eine Überlieferungskette und die sieht alles wunderbar aus. A überliefert über B, B über C, D über E, alles wunderbar. Ja, nur, man findet heraus, durch andere Überlieferungen, dass genau diese Überlieferung B nicht von C gehört hat. Normalerweise B hört von C. Wir sind beide ehrlichen Vertrauenswürden, das ist nicht das Thema. Aber genau diese Überlieferung hat er nicht gehört, das ist eine unterbrochene Kette. Du denkst, es ist geschlossen, sie ist aber gar nicht geschlossen. Augenscheinlich, scheinbar. Oder Namen werden verwechselt. Ja, da steht zum Beispiel Ibn Abbas, gemeint ist aber Ibn Ayyash. Okay, steht, mein Lehrer Mohammed hat mir erzählt, du denkst an Mohammed so und so, er meinte aber in diesem Fall Mohammed ein oder anders. Diese Sachen sind grenzenlos, die gibt es, dadurch unterscheiden sich die, sag mal, die Stufen der Hadith-Geläten. Nein, das ist das Thema, wodurch man, was ist, ein großartiger Hadith-Geläte werden kann oder eben nicht, indem man sich die sogenannten Illa auskennt. Tamam? Okay, jetzt haben wir, manche Brüder haben gesagt, manche Brüder haben gesagt, Moment, ich will das von mehreren Leuten gehört haben. Genau, das ist jetzt der Punkt. Wenn ich jetzt einen Sahih-Sanat habe in einer Angelegenheit, dann ist das für mich schon Hujjah. Das heißt, ich kann damit argumentieren, das ist ein Beweis in der Religion, hat Beweiskraft, sagt man. Hat Beweiskraft. Ich kann sagen, ich bete so und so aufgrund des Hadiths, der so und so Sahih ist. Fertig. Du darfst das nicht verwerfen, es sei denn, du hast einen anderen Beweis, einen Gegenbeweis oder so. So, jetzt aber, was ist, wenn die gleiche Information mich erreicht hat, nicht nur über einen Sahih-Sanat, sondern über zwei? Das ist ja mehr als nur Sahih, richtig? Das ist mehr als nur Sahih. Und deswegen gibt es Stufen zwischen Sahih und Mutawater. Zwar ist noch lange nicht Mutawater, aber es ist auch nicht nur Sahih, richtig? Deswegen die Stufen, die kannst du unendlich aufsplitten. Aber grob gesehen sagt, wirkt, Mashhur ist eine Stufe zwischen Mutawater und Sahih. Die Hadith-Geraten machen noch mehr Unterteilung, aber es ist für die Qiraat irrelevant. Also, beim Mashhur, der Sanat ist authentischer als Sahih, er erreicht jedoch nicht den Tawater. Diese Qiraat ist sprachlich gesehen einwandfrei und stimmt mit dem utmanischen Mus'haf überein. Mashhur bedeutet sprachlich bekannt. Damit ist hier bekannt, dass sie unter den Qare bekannt ist. Sie halten sie weder für falsch noch für seltsam. Sie dürfen ebenso wie die Mutawater Qiraat im Gebet rezitiert werden. Zu dieser Kategorie gehören zum Beispiel die in den anerkannten Büchern erwähnten Längen der Mudut, dass Überlieferungen, die über Sahih, Überlieferungsketten überliefert wurden, als Beleg dienen, ist die richtige Ansicht, sowohl auf dem Gebiet der Aqida als auch auf dem Gebiet des Fiqh. Das heißt, wenn wir diese zehn Qiraat lesen, die sind grundsätzlich Mutawater, aber es gibt Dinge davon, die sind nicht Mutawater, die sind Mashhur. Dürfen genauso als Koran gelesen werden und das ist auch die Realität. Drittens, Ahad. Der Sanat ist sahih, die Qiraat stimmt aber nicht mit einem der utmanischen Mus'haf überein. Das ist die dritte Kategorie von... Und das haben wir viel in Hadithen. Das heißt, wir haben eine Überlieferung, was heißt vieles? Wir haben das manchmal in Hadithen, eine Überlieferung, in der eine Qiraat überliefert wird, über den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, oder über einen Sahabi. Die ist sahih, aber sie stimmt nicht überein mit einem der utmanischen Masahif. Deswegen nennt man sie Ahad. Diese Form der Qiraat darf nach der Mehrheit der Gelehrten im Gebet nicht rezitiert werden. Die bereits erwähnte Qiraat von Ibn Umar al-Khattab haben wir schon erwähnt. Statt fas'aw ila dhikrillah sagt er afamdu ila dhikrillah. Oder Abu Hurayr radiallahu anhu las die Ahle. Fala ta'alamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurlati a'yun min jazaa las er. Das Wort jazaa können wir eigentlich hier weglassen. Auf jeden Fall er las. Fala ta'alamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ja, also im Pluga. Qurrat und Qurrat. Ja, und dazu gehören größtenteils die bekannten vier Qiraat von Ibn Muhaysen, al-Yazidi, al-Hassan, al-Basif, al-Ahmash. Also wir werden sehen, wir haben die berühmten sieben. Dann haben wir die drei ergänzenden zu den zehn. Das sind die Mutawad. Und dann haben wir die vier über den zehn. Das sind diese vier, die ich gerade eben hier erwähnt habe. Die nennt man Shaz Qiraat. Die werden auch überliefert und in Sitzungen gelehrt, wie sie gelesen werden. Allerdings widersprechen sie manchmal den Masahif. Deswegen werden sie nicht im Koran als Koran gelesen und auch nicht im Sarat rezitiert. Aber sie werden überliefert. Viertens, Shaz, der Senat erfüllt eine der drei Bedingungen nicht. Wir haben drei Bedingungen aufgestellt. Muss sahih sein, den uthmanischen muss also übereinstimmen. Und, was ist, der arabischen Sprache in irgendeiner Weise übereinstimmen. Also egal, ob es jetzt in allen arabischen Dialekten oder in Teilen der arabischen Dialekten ist. Und wenn eine davon nicht erfüllt wird, nennt man die Zikraat Shaz. Beispiele dafür, haben wir auch Beispiele. Und zwar nehmen wir diese hier von Imam al-Hasan al-Basr. Imam al-Hasan al-Basr war einer der Imam der Tabi'in. Er sagte mir nicht, er wusste nicht über die Fath-Hallis. Naja, ihr müsst verstehen, als die Sahabe, radiallahu anhum, sich verbreitet haben in den Landereien und den Koran gelehrt haben, da kriegt nicht jeder immer alles mit. Und deswegen sagte Aisha, radiallahu ta'ala anha, ich weiß nicht, ob die Briefe noch kommt oder nicht kommt. Ne, kommt nicht anscheinend. Aisha, radiallahu anha, sagte, zu dem, was vom Koran herabgesandt wurde, gehörte, gehörte, dass zehnfaches Stillen zur Milchgeschwisterschaft führt. Dann wurden diese zehn aufgehoben durch fünf. Und der Prophet, es gibt es auch besetzt, es gibt es nicht im Koran, diesen Vers. Den sagt sie, als der Prophet, als der Prophet, sallallahu al-hi-sallam, verstarb, gehörte dieser Vers immer noch zu dem, was manche Leute als Koran gelesen haben. Die hatten damals nicht so viel wie eine WhatsApp-Gruppe oder Telegram, und dann haben sie alle Informationen bekommen. Deswegen, diese solche Sachen brauchen Zeit. Wie zum Beispiel, als die Qibla geändert worden ist. Als die Qibla geändert worden ist, da haben manche immer noch in die andere Richtung gebeten. Bis man sie in Medina, diese berühmte, die heißt jetzt Masse del Qibla Tein, das heißt die Maschine mit den beiden Qiblas, bis man die Leute auch aufmerksam gemacht hat, im Gebet, ihr betet in die falsche Richtung. Dreht euch um. Der Prophet, sallallahu al-hi-sallam, hat eine Offenbarung. Und haben sich im Gebet umgedreht und ihr Gebet zu Ende verrichtet. Deswegen solche Sachen brauchen Zeit. Und wenn Imam al-Hasan eine Lesart mitbekommen hat, aber nicht mitbekommen hat, dass sie aufgehoben worden ist oder ähnliches, dann ist es normal, dass er sie liest. Dann gibt es fünftens die Maudu'a Lesarten. Maudu'a sind die erlogenen Lesarten. Und dann gibt es sehr wichtig die Maudu'a Lesarten. Maudu'a Lesarten, liebe Geschwister, darunter verstehen wir, dass sie mit Erläuterungen vermengt werden. Dass sie mit Erläuterungen vermengt werden. Das heißt also, jemand sagt nicht, zum Beispiel hier in diesem Vers, den haben wir uns auch schon angeschaut, die Erbgesetze, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, wo es heißt, dass wenn jemand gestorben ist, keinen Vater und kein Kind hinterlässt. Die Situation nennt man Kalalah. Und gleichzeitig hat man aber seitliche Verwandtschaft. Und zwar einen Bruder oder eine Schwester. Beides. Und hier geht es aber in dem Vers um die Geschwister die Geschwister mütterlicherseits. Das heißt, die die Mutter gemeinsam haben, nur, nicht den Vater. Und deswegen im Koran heißt es, Walahu achun au uchth falikulli und so weiter. Aber Sa'd ibn Abu waqas über ihn wird überliefert, dass er gelesen hat, walahu achun au uchthun min um falikulli und so weiter. Das bedeutet, diese zwei Wörter hat er hinzugefügt als was, als Erklärung, als Erklärung, als Tafsir. Das nennt man Mudraj. Und das findet man viel. Das findet man viel. Und deswegen viele Sachen, die man bei den Überlieferungen findet, haben etwas damit zu tun. Zum Beispiel Aisha radiyallahu anha hat einen Schreiber beauftragt, für sich ein Mus'haf zu schreiben. Und sie hat ihm gesagt, wenn du zu der Ayah kommst, hafidhu ala salawati wa salatil wustah sag mir bitte Bescheid. Mach Stopp und sag mir bitte Bescheid. Und als es dann so weit war, hat sie ihm diktiert, dass er ein zwei Wörter hinzufügen soll, hafidhu ala salawati wa salatil wustah wa salatil asr salat al asr Warum? Weil das bedeutet, achtet auf die Gebete und auch auf das mittlere Gebet. Und was ist das mittlere Gebet? Das mittlere Gebet ist, nach einer der stärksten Ansichten, ist das Asr Gebet. Es dazu schreiben lassen. Warum? Weil es ist, wie wenn du zu Hause dir etwas aufschreibst, du schreibst auf, wie du willst. Du weißt ja, wie der Vers eigentlich geht, aber du schreibst dazu als Erklärung. Und auch heutzutage gibt es Tafsirbücher, die gehen genauso Das heißt, er schreibt dazu, das, was ihm da fehlt, damit es besser versteht. Und diese Einfügungen helfen sehr gut beim Verständnis, beim richtigen Verständnis. Und genauso soll ein Übersetzer des Koran Al-Karim auch ab. Und genauso machen wir das auch bei der Güteübersetzung vom Koran Al-Karim. Warum? Weil der Übersetzer soll ja die Bedeutungen der Worte Allahs Azzawajal Er soll nicht wortwörtlich sagen, was da steht, sondern er soll übersetzen, übersetzt man die Bedeutungen der Worte Allahs. Und wenn Salat Al-Wustah das mittlere Gebet das Asr-Gebet ist, dann soll man das auch bei Übersetzen mit Übersetzen. Weil das steht nicht wortwörtlich da im arabischen originalen heiligen Text, aber das ist die Bedeutung davon. Und die Bedeutung davon ist genauso abgesandt worden, wie die Buchstaben an sich. Das nennt man Mudraj Qira'ah und da gibt es noch viele Beispiele, andere Beispiele dazu. Ist natürlich, wir sehen während dem siebten Seminar ein gefundenes Fressen für die Orientalisten, die die Authentizität des Edel-Korans infrage stellen wollen. Aber natürlich, ohne sie zu entschuldigen, wenn man nicht weiß, dass es Mudraj Qira'at gibt, wenn man nicht weiß, dass es Qira'at gibt, Lesarten gibt, die eigentlich auslegende Lesarten sind, das heißt Tafsir Lesarten sind, dann natürlich, wie soll man das sonst erklären, außer sagen, hier hat jemand etwas Falsches überliefert oder ich habe hier zwei Arten zu lesen, ich weiß nicht, was richtig ist. Wenn einem diese Information fehlt, ist das natürlich eine keine weit hergeholte Sache. Sind die zehn Qira'at Mudawater bis zu den zehn Koran Lesern oder bis zum Gesandten Allah Sallallahu alaihi wa sallam und die Wahrheit erkennt ist die Ansicht, dass sie bis zum Gesandten Sallallahu alaihi wa sallam Mudawater sind, Abu Shama war Anhänger der anderen Ansicht. Was das bedeutet, werden wir gleich nochmal genau anschauen, weil diese Geschichte, man muss eigentlich ein bisschen detaillierter reingehen, um zu verstehen, was eigentlich genau Mudawater ist und was nicht. Abu Shama ließ sich durch die eingeführten Bezeichnungen in die Irre führen. Jede dieser zehn Qira'ate wurde nach dem Imam benannt, durch den sie am meisten bekannt wurde. Also das ist der Punkt. Wenn Imam Abu Amr ein der zehn bekannt wird für seine Art zu lesen, die er ja über seinen Lehrer überliefert oder über seine Lehrer überliefert, dann ist es ein Denkfehler zu denken, dass er der Einzige ist, der sie überliefert, nur weil sie nach ihm genannt wird. Versteht ihr? Sondern heißt es wie wenn jemand unter uns als Muslim bekannt wird und man sagt jetzt das ist der Islam vom Bruder Sohn Sohn. Das heißt doch nicht, dass die anderen nicht nach dem Islam auch leben. Aber er ist berühmter geworden, bekannter geworden als andere. Und das war damals ebenfalls der Fall. Und deswegen können sich Gelehrte irren? Natürlich können sich Gelehrte irren. Aber wie kriegt man das heraus? Wie stellt man das fest? Ja, guck doch mal auf die große, breite Masse. Große, breite Masse ist nämlich meistens unter den Gelehrten im Recht. Wallahu alam. Den Qiraat Namen zu geben war dringend notwendig, kann man doch auf die Frage, in welcher Qiraat liest du, nicht jedes Mal den gesamten Koran vortragen. Die Tatsache, dass die Qiraat nach bestimmten Persönlichkeiten benannt wurden, schließt nicht aus, dass auch andere eine dieser Qiraat weitergaben. Das haben wir auch gesagt. Die Qiraat von Imam Hamza. Er ist dafür bekannt geworden, ja. aber Imam Kisai hat sie auch weitergegeben. Tamam, Imam Kisai hat sie auch weitergegeben. Imam Nafi' war der Imam der Moschee von Medina. Es wäre äußerst unglaubwürdig zu behaupten, Nafi' sei der Einzige gewesen, der seine Lesart lehrte und lehren konnte. Doch was meinen wir, wenn wir sagen, die zehn Qiraat sind Mutawat Das ist die entscheidende Frage und manche Leute denken, dass jede einzelne über sie überlieferte Version Mutawat ist. Das heißt, jede einzelne überlieferte Tarik, um das jetzt als Fachwort zu sagen, sei Mutawat war. Das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Die sind alle Sahih und Maschur und Makbul akzeptiert und teilt das Gott zweifellos. Aber wenn man sagt, dass etwas Mutawat ist unter den zehn Qiraat, dann meint man damit die Farh und die Usul. Farh und Usul heißt was? Farh sind die einzelnen überlieferten Worte. Zum Beispiel, dass man Maliki Yawmeddin liest, Maliki Yawmeddin liest, Qiraat ist Mutawat. Dass man zum Beispiel Alayhim sagt, das ist Mutawat. Das hat nicht nur Hafs und sein Lehrer Asim Bölif, noch ein paar andere Menschen auf der Welt. Und dass man den Madbun Fassil das sind die einzelnen Worte. Jetzt kommen wir zu den Regeln. Usul nennt man das in der Wissenschaft der Qiraat. Zum Beispiel, wenn ich dir sage, lieber Bruder oder liebe Schwester, wenn du ein Madb hast, was ist ein Madb? Alif, Wa oder Ja. Das sind immer so korniert und vorher hat es entsprechende Zeichen, wie zum Beispiel Ja. Wenn du ein Madb hast, wie ein Alif und danach eine Hamza kommt, was machen wir dann? Was machen wir dann? Ziehen mal in die Länge. Man lenkt den richtig. Natürlich korrekterweise müsste man jetzt noch mal nachfragen. sagt mir die Situation, ist es zwischen zwei Worten oder innerhalb eines Wortes oder nicht? Wenn es innerhalb eines Wortes ist, alle machen das. Richtig? Alle machen diese Länge und diese Länge ist Mutawater oder nicht? Surat Al-Nas ist Mutawater Surat Al-Falaq ist Mutawater Die einzelnen Worte sind Mutawater und auch die Usul sind Mutawater Darüber besteht keine Diskussion. Aber wenn du jetzt sagst ich wähle jetzt aus ich lese jetzt wenn ich den Koran lese und das Wort Malik und Malik kann man so lesen ich wäre die Version Malik und bei ich mache extra Beispiele die wir schon gehört haben Am hum al-Musaytirun lese ich mit Saad Am hum al-Musaytirun mit Saad Und bei Leste al-ayhin bi musaytir nehme ich auch Saad und wenn ich lese was Neues was Neues ein Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala al-an wa qada'a saad dieses al-an kann man bei allen Lesarten auch mit statt dieser Verlängerung weil so lang ist kann man auch die zweite hum vereinfachen und sagen al-an wa qada'a saad das haben wir durchgenommen als wir im dritten Seminar waren oder im dritten Entschuldigung auf jeden Fall ich wähle hier dies und wähle das wähle das diese Kombination ist die immer noch mutawater nein muss nicht mutawater sein also wer das behauptet muss beweisen wir sind eine religion wo es um beweise geht und Argumente geht aber entscheidend ist dass die einzelnen Sachen davon mutawater sind also ich hoffe diese Thematik ist klar weil die Leute fragen die sagen die qra'at sie sind mutawater das heißt also hafz an asem von schatibiyah mutawater geht nicht du hast schon nur eine kette ausgewählt wie mutawater sein wie so eine kette mutawater sein du hast schon eine gewählt aber wenn ich tausend habe und du nimmst eine davon raus dann geht nicht mutawater logisch du musst die tausend gucken das sind die mutawater weil deswegen bei den kombinationen oder bei einer auswahl jemand der nur diesen weg ausführt von imam schatibiyah vielleicht nach schatibiyah heute ist mutawater das kann sehr wahrscheinlich sein weil es wirklich sehr berühmt und sehr bekannt aber es muss ja in allen generationen der Fall sein das heißt wir können 100.000 also wir können 100% sagen dass sie bis imam schatibiyah mutawater ist weil es bei ihm so will aber wenn er eine Auswahl getroffen hat ist es ja seine Auswahl da ist ein Mensch aber wovon wählt er aus er wählt von mutawater qeraat aus wer das nicht verstanden hat einfach vergessen merkt die 10 qeraats sind mutawater zu was Beispiel für das haben wir schon gemacht oder zum Beispiel wenn aus surat surat masad adolist tabbat yada bi lahabim watab richtig lahabim watab istas dies gulna wasstas für hukum behind istas ding idgam mitgulna verschmelzung mit narun lahabim ist ein nun eigentlich lahabim ich schreibe es euch mal auf damit wir hier nicht einander vorbeireden bismillah ich habe ja das ding nicht umsonst gekauft so jetzt haben wir lahab lahab bin wa tabba okay so steht es im koran lahabim lahabim wa naja aber wir haben ja jetzt hier ein ein idgam richtig jetzt machen wir hier ein idgam das heißt es muss verschmelzen werden lahabim wird zu lahabim bim praktisch ein verlängertes wow aber mit nasallaut statt lahab bim mache ich lahab bim 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 okay das ist die das nennt man idgam mit gunna okay diese sache ist mutawate jeder briefe das das ist was ich vor allem weiter jetzt lesen wir mal etwas über diese zehn menschen ein paar was ein bisschen was über sie zu erfahren er gibt ihr müsst vorstellen in der neuen religion gibt es also bändeweise bändeweise es gibt es keine andere religion bändeweise bücher die nur berichten über die biografien der einzelnen menschen die überlieferer damit ich weiß wer war das wort er gelebt wer war seine lehrer wer waren seine schüler was haben die gelehrt in seiner zeit über diesen menschen gesagt welche hadithe kannte er welche hadithe kannte er nicht ja und so weiter und so fort diese sachen sind wahnsinn es gibt es gleichermaßen nicht auf der ganzen welt was die muslime gemacht haben es gibt manche menschen die haben zeit ihres lebens die zeit nur verbracht damit zu schauen welche menschen betreten ihre stadt und verlassen ihre stadt wieder damit wir wissen später wen überliefert haben ja imam nafi war medinenser und las unter anderem abu jafar ibn yazid dem achten koran leser und weiteren 70 tabiun vor er war 60 jahre lang imam der prophetischen mosche in medina imam malik rahim allahu ta'ala ibn anas der imam des madhab sagte über ihn nafi lesart ist sunnah nafi rahim allahu ta'ala starb im jahr 169 also jetzt mal damit auch so ein bisschen so ein gefühl für die sachen bekommen wir reden hier über leute in einer zeit der blüte also in zeit von imam malik in medina und da ist er 60 jahre lang imam der moschee das heißt wie soll ich sagen das ist schon so gut wie zur zeit des propheten was wir hier sagen imam nafi liest über abu jafar abu jafar ist ein tabi du bist schon da da kommt nur noch das sahabi das ist schon die generation des propheten sallallahu alaihi wassallam das heißt selbst wenn wir sagen würden selbst wenn wir sagen würden nafi ist der einzige der seine lesart so überliefert wie er sie überliefert aber wo und wie und was ist zwischen ihm dem propheten sallallahu also wie wenn eben abbas dir sagen würde ich habe dem propheten gehört zu sagen sallallahu das und das wie viel brauchst du dann das bereich eines sahabes damit du als muslim ruhe findest und weißt das ist vom gesandten sallallahu alaihi wassallam und deswegen ist es ja der entscheidende punkt in dem die ahlul bidda anknüpfen und versuchen das vertrauen der muslime zu zerstören das vertrauen der muslime in die freunde des propheten sallallahu alaihi also sie haben bei uns den höchsten stellenwert nach den nach den propheten wenn sie was sagen wir glauben ihnen warum weil allah hat über sie dinge gesagt da kann unser einer träumt nicht mal davon deswegen diese menschen anzugreifen oder ihre stellung in frage zu stellen oder ihre vertrauenswürdigkeiten ehrlichkeit in frage zu stellen wer das macht ist ein heuchler wer das macht will zerstört oder will die religion zerstören er kann natürlich nicht aber er will die religion zerstören weil die religion wird nur einmal überliefert und du kannst nicht die sahabe übergehen wenn du zum propheten sallallahu alaihi salam gelangen möchtest durch irgendeine information geht nicht seine bekanntesten schüler waren qalun und warj qalun man sagt er sei der sohn der ehefrau nafs gewesen begleitete seinen lehrer 20 jahre und las ihm den koran unzählige male vor bis nafi zu seinem schüler qalun sagte wie lange wirst du mir noch vorlesen setz dich doch an einen pfosten und ich werde dir jemanden schicken der bei dir lernen soll das sagt der lehrer natürlich wenn er richtig überzeugt ist das ist schon eine kopie von einem qalun starb im jahr 220 im alter von über 80 jahren warj war blond und blauäugig und gut gebräunt sein lehrer nannte ihn so weil er sich wenig bewegte warshan ist ein vogel der taube ähnelt er starb im jahr 97 nach hijra mit 87 jahren also jahre hat ihm auch ein langes leben gegeben deswegen sind die beriefungsketten auch nicht so lang im kathir im kathir wurde im jahr 45 nach hijra geboren zur zeit von muawiyah er war tabi und koran lehrer von makkah von den sahabah traf er abdullah ibn al-zubeyir abu ayyub al-ansari er starb im jahr 120 in makkah ibn ma'in sagte er ist vertrauenswürdig als hadith überlieferer aber ansonsten koran lehrer ist ein imam es ist mehr als er ist vertrauenswürdig als koran lehrer das ist zu wenig das würde ihn degradieren seine bekanntesten überlieferer waren al-bazzi und kunbun al-bazzi war der koran lehrer von makkah ebenso war er 40 jahre imam und gebetsrufer der dortigen heiligen muschee kunbun starb in makkah im jahr 291 im alter von 96 jahre bei diesem eben kathir handelt es sich übrigens nicht um den berühmten tafsir gelehrten welcher erst im jahr 774 nach hijjna verstarb also 500 jahre ganz anderer mensch deswegen sagen wir eben kathir al-makki der aus makkah das ist unserer und eben kathir al-dimashki aus damaskus das ist der tafsir gelehrt der unter den muslimen heutzutage viel bekannter ist abu amr er wurde in makkah im jahr 68 oder 70 nach hijjna geboren er hatte von allen sieben koran lehrern die meisten lehrer er traf eines bin malik und andere propheten gefährt auch also tabi er las im koran abu jafar im jazid al-qaqa und al-hasan al-basri vor und starb 154 nach hijjna al-duri war der erste der beiden bekanntesten koran lehrer die seine lesart verbreiteten allerdings lasen sie ihm nicht direkt vor al-duri wurde im jahr 150 geboren und starb 246 war wie alt auch 90 96 al-susi war der zweite wie auch er las er den wieder las al-hasan abu amr al-basri vor als susi staab im 1971 mit fast 70 jahre nummer vier ibn amr al-dimashqi er war ein edler tabi der den quran mehr sahaben vor las zu ihm gehörten muawiyah fadala ibn ubaid wathila ibn al-asqa al-nu'man ibn bashir abu dar da nachdem abu dar da starb nahm ibn amr seinen platz als koran lehrer ein und wurde somit zum imam von damaskus dort starb er im jahr 118 nach hijra er las dem quran al-mughirah al-maghzumi vor und dieser wiederum uthman ibn affan radiallahu ta'ala man sagte auch er habe uthman direkt vorgelesen hisham und ibn zakwan sind die beiden bekanntesten über jifra sie lassen ihm allerdings nicht direkt vor hisham wurde 153 geboren ibn muayn stuft ihn als vertrauenswürdig ein ibn zakwan wurde 173 nach hijra geboren und war lehrer seiner Zeit asem asem ist der koran lehrer über den wir die liwaya von hafs lesen das heißt die bekannteste qura überhaupt in der heutigen islamischen welt er war auch tabi rahim allah weil er mindestens zwei der gefährten des gesandten allah sallallahu alayhi sallam traf imam ahmed rahim allah sagte über ihn er sei ein guter rechtschaffender und vertrauenswürdiger mensch er las zir ibn hubaysh vor und dieser wiederum abdullahi ibn mas'ud radiallahu an ebenso las abu abdu rahman abdu 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 habib al-sulami vor letzter vor er starb im jahr 127 nach kufa nach hijra in kufa seine bekanntesten schüler waren schu'ba und hafs unser hafs schu'ba war ein gelater der ahle sunnah er vielleicht zu sagen derjenige der behauptet der koran soll er erschaffen ist nach unserer überzeugung ungläubig und ein heuchler er ist auch ein feind allahs weder werden wir mit ihm zusammensetzen noch mit ihm sprechen er glaubt ahle sunnah ist dass der koran die worte allahs sind die unerschaffenen ewigen worte allahs als er im sterben lag weinte seine schwester er beruhigte sie und sagte sie solle sich keine sorgen machen sagt schau schau diese ecke an dort habe ich den koran 18.000 mal gelesen hafs wurde 90 nach hijra geboren seine lesart ist die riwayah die heutzutage in den meisten islamischen Ländern gelesen wird einmal sagte er zu seinem Lehrer Asim Abu Bakr das heißt Schu'ba das sind die zwei Hafs und Schu'ba sind die zwei berühmten Lesarten über Asim und jetzt sagt Hafs zu seinem Lehrer Asim über seinen Kollegen Schu'ba Schu'ba liest anders als ich Schu'ba liest anders du bist doch der gleiche Lehrer Schu'ba liest anders als ich dann sagt der Asim zu ihm ich habe dir das beigebracht was ich von Abu Abdur Rahman Salami über Ali ibn Abi Talib beigebracht bekommen habe und ich habe und ihm habe ich beigebracht was ich von Sir ibn Hubeysh über Abdullah ibn Mas'ud gelernt habe Hafs starb im Jahr 180 das heißt das zeigt wieder was dass jeder Qadir von sich hat mehrere Sachen gelernt gelehrt Nummer 6 er wurde 80 nach Hijra geboren möglicherweise traf er noch Propheten Gefährten Alhamdulillah zwischen ihm und Uthman und ibn Mas'ud sind drei Überlieferer er gehört zu den Überlieferern im Imam Muslim Sahih nach Asim und Al-A'mash war er der Imam von Kufa Sufiane Thawri und andere Persönlichkeiten lasen ihm den Quran vor er starb im Jahr 156 nach Hijra Abu Hanifa sagte zu ihm zu Imam Habza es gibt zwei Dinge die wir dir nicht streitig machen können das Quran lesen und dein Wissen über die Abgesetze er pflegte keine Belohnung für das Lehren des Quran entgegenzunehmen Jarir ibn Abdul Hamid sagte Hamza As-Sayyad kam einmal an einem sehr heißen Tag an mir vorbei ich bot ihm Wasser zum Trinken an er lehnte es ab weil ich ihm den Quran vorzulesen pflegte seine bekanntesten Schüler waren Khalaf und Khalad Khalaf wurde 150 nach Hijra geboren und lernte den Quran im Alter von 10 Jahren auswendig Imam Muslim berief hat in seinem Sahih über ihn ebenso Abu Dawood und Ahmed ibn Hanbal er starb 229 nach Hijra in Baghdad Khalad wurde 119 oder 130 nach Hijra geboren und starb im Jahr 220 nach Hijra Nummer 7 Imam Al-Kisai Rahimallah Al-Kisai er wurde etwa 120 also Imam Al-Kisai ist wie heißt es für die Linguisten Sprachlinguisten auch ein großer Begriff weil er einer zu den großen Grammatikern der arabischen Sprache gehörte dafür sehr bekannt wurde und auch sehr bekannt wurde für seine Lesart 120 geboren nach Hijra und Al-Farra der Imam Al-Farra der auch Sprachgelehrte lernte von ihm nach Hamza war er der Imam der Koran Lehrer von Kufa wer mir gesagt hat unter anderem wie heißt es Imam Hamza vorgelesen er starb im Jahr 189 als er begraben wurde sagte Harun al-Rashid Rahimallah dass mit ihm Fiqh und Grammatik begraben wurden manche Gelehrten haben Al-Kisai im Traum gesehen und gefragt was hat Allah mit dir gemacht er antwortete er hat mir wegen des Koran vergeben dann fragten sie ihn und was hat er mit Hamza gemacht deinem Lehrer Hamza er sagte er ist am höchsten Ort wir sehen ihn so wie wir die Sterne sehen können seine bekanntesten Schüler waren Abu Harith der im Jahr 220 nach Hijra starb und Ad-Duri er ist derselbe der unter dem Koran Lehrer Abu Amr schon erwähnt wurde Nummer 8 Abu Ja'far er war ein Tabi'i und las den Koran folgenden Sahaba vor Ibn Abbas Abu Huraira und Uwey ibn Ka'b radiallahu anham Um Salam radiallahu anham betete für ihn und er traf auch Ibn Umar Imam Malik bezeichnete ihn als rechtschaffen Menschen und sagte er sei in Medina für die Menschen ein Mufti gewesen er starb im Jahr 130 nach Hijra seine bekanntesten Schüler waren Ibn Wardan und Ibn Jamaz auch Nafi' aber auch Nafi' der erste Koranlehrer war einer seiner Schüler Ibn Wardan Ibn Wardan starb 160 Ibn Jamaz etwa 170 nach Hijra Nummer 9 Jakob al-Hadrami Nach Abu Amr war er der Imam von Basra ursprünglich kam er aus Hadramot im Südosten Jemens er starb 205 nach Hijra seine bekanntesten Schüler waren Ruays und Rawah Nummer 10 Khalaf er wurde bereits unter den Schülern von Hamza erwähnt nach ihm wird sowohl eine Qira'ah als auch eine Rewaya benannt deswegen sagt man bei Khalaf meinst du die Qira'ah von Khalaf dann ist er einer der 10 oder meinst du die Rewaya von Khalaf dann ist er einer der 20 kannst du sagen also die Briefer über die 10 er starb im Jahr 229 seine berühmtesten Schüler waren Ishaq und Idris über letzteren sagt er er ist mehr als nur vertrauenswürdig er starb im Jahr 293 im Alter von 93 Jahren das sind die berühmtesten wer ist das Namen der Überlieferer der Mutawater Qira'at und darüber hinaus gibt es dann die vier Schad Qira'at die ebenfalls authentisch überliefert werden allerdings wie wir gesagt haben in vielen Stellen den utmanischen Muschaf widersprechen und deswegen nicht als Koran von den meisten Gelehrten gelesen werden das sind die Qira'at von Al-Hassan al-Basri Yahya al-Yazidi und Ashtullahi al-Janiya Imam Malik Rahman Allah sagte hinter demjenigen der eine Qira'at liest die den utmanischen Muschaf widerspricht wie etwa manche von Ibn Mas'ud oder anderen Gefährten darf nicht gebetet werden darüber sind die muslimischen Gelehrten einig bis auf einen Teil der eine Ausnahme bildet und dem somit diesbezüglich keine Aufmerksamkeit geschenkt wird nur weil es manche Gelehrte gibt die das gesagt haben das sagt er ist irrelevant Scheche eine zweite Meinung haben und eine neue Meinung haben das ist auch sehr wichtig zu wissen schwierig du schlägst ein Buch auf und liest was frag lieber einen Fachmann in diesem Gebiet weil du schlägst was auf und liest was woher willst wissen ob das die erste Meinung oder die zweite Meinung oder die dritte Meinung ist ob er seine Meinung zurückgenommen hat ob er seine Meinung irgendwo anders noch verdeutlicht hat ob du verstanden hast was er wirklich da sagt und so weiter und so deswegen gibt es in jedem Bereich Fachleute und er sagte die zweite Meinung nämlich dass es nicht erlaubt ist zu lesen als Koran dieser schlossen sich die Mehrheit der Gelehrten an denn diese wurden uns nicht in Mutawater Form über den Propheten überliefert und es besteht immer die große Wahrscheinlichkeit dass es nämlich genau deswegen nicht überliefert worden ist warum weil sie aufgehoben sind und nicht mit der letzten Lesung des Propheten übereinstimmen warum werden die Schad das hat viele Vorteile liebe Geschwister wenn eine Schad überliefert wird auch wenn sie den utmanischen Muschaf widersprechen dann können wir trotzdem daraus Nutzen ziehen für den Fiqh und für die arabische Sprache das ist ja wird ja überliefert hier bis zum Propheten in arabischer Sprache also der Nutzen ist da und noch mehr du kannst auch daraus ziehen wer überliefert über wen wer hat wen getroffen also du hast viele Nutzen daraus es ist nicht nur manchmal hast du Erklärungen haben wir gesagt Beispiel hier wir haben ein Beispiel das ist für den Fiqh relevant die Ulema sind unterschiedlicher Meinung wenn man ein Schwur gebrochen hat jemand hat geschworen und sagt Wallahi ich werde morgen am Seminar teilnehmen und dann hat er nicht am Seminar teilgenommen dann ist eine Sühneleistung fertig was muss er machen er muss entweder einen Sklaven befreien oder er muss zehn arme Menschen speisen oder er muss zehn kleiden richtig also die Sühneleistung für jemand der Schwur gebrochen was auffallend ist bei all diesen drei Sühneleistungen ist was sie sind alle finanzieller Natur ein Sklaven zu befreien kostet Geld zehn Menschen zu zehn Bedürftige zu speisen kostet Geld und zehn Bedürftige zu kleiden kostet Geld deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt wer das nicht kann oder wer das Geld dafür nicht vorfindet oder wer keine Bedürftigen vorfindet oder keine Sklaven vorfindet die er befreien kann der soll drei Tage fasten und die Frage ist jetzt die drei Tage die man fastet manche Gelehrte sagen du faste drei Tage egal hintereinander oder nicht hintereinander andere sagen nein die müssen hintereinander sein und diese Meinungsverschiedenheit wird aufgelöst oder kann man auflösen denn es gibt eine Schad über Abdullah bin das er gelesen hat hintereinander folgen deswegen die Gelehrten die dir sagen du musst die drei Tage hintereinander fasten dann weißt du automatisch dass er einem Grundsatz folgt er lautet eine Schad darf zur Argumentation herangezogen werden und hat auch Beweiskraft hat auch Beweiskraft und wenn er sagen würde nicht dann weißt du wenn er sagen würde die müssen nicht hintereinander sein dann weißt du dass er diesen Grundsatz nicht folgt und wenn er dir sagt du wie heißt es die haben Beweiskraft aber du musst nicht drei Tage hintereinander fasten dann weißt du dass er keine Ahnung hat was er sagt eigentlich frage am Ende schad das war das Beispiel was ich vorhin erwähnt hatte mit dem stillen das auch ein weiterer nutzen die zeitliche abfolge der 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 verse hat hat mein lieben geschwister die unterschiede in kiraat darüber haben wir schon in vielen beispielen gesprochen deswegen wollen wir das jetzt nicht nochmal wiederholen das wurde eh schon erwähnt deswegen möchte ich eigentlich vom nächsten kapitel das folgende nur kurz einmal durchgehen und zwar wir sind kapitel 6 8 eine sache kann man sich selbst lesen ist aber nicht jetzt so also viele viele sachen die ich euch die ich euch schon mündlich gesagt habe finden sich dann noch mal wieder bisschen geordnet jemand möchte die kiraat erlernen wie geht das vielleicht gibt es bestimmte schritte schritte Nummer eins du musst den koran lesen lernen mit tajwid das voraussetzung das ist so die klassische vorgehensweise also lernst erstmal den koran lesen richtig lesen mit tajwid dann als nächstes hat sich eingebürgert dass man ein gedicht lernt über tajwid das heißt wo die ganzen regeln erklärt werden das berühmteste ist es auf jeden Fall lernt man so ein gedicht auswendig dann hat man die ganzen regeln wann macht man den mit lang wann macht man mit kurz wann macht man keine drame bei welchen Buchstaben macht man keine kallqala welche Buchstaben werden dunkel gelesen welche hell gelesen diese ganzen regeln sind in solchen gedichten zusammengefasst man lernt das man lernt auch eine erklärung dazu man liest eine erklärung dazu seinem lehrer vor und idealerweise trägt man dieses gedicht seinem lehrer auswendig vor und bekommt eine ijazah in diesem gedicht ijazah ist dann auch das gleiche wie eine überlieferungskette von dem lehrer bis zu dem autor von diesem buch alles wird überliefert über über überlieferungskette drittens man lernt den koran auswendig nach einer bestimmten riwayah nach einer bestimmten lesart und das ist dein standard weil irgendwas musst du haben wovon du ausgehst danach als viertes trägt man trägt man diesen auswendig genannten koran seinem koran lehrer vor um von ihm ein Zeugnis zu bekommen dass dieses lesen 100% übereinstimmt mit der lesung des lehrers wiederum mit seinem eigenen lehrer so dass er dir eine ijazah gibt in dieser bestimmten art zu lesen er sagt dann hiermit erlaube ich dir den koran über mich in diese lesart so und so zu überliefern genauso wie ich sie von meinem lehrer so gelernt habe und dieser wiederum von seinem lehrer so und erteilt ihm dann sein sanat seine büderungskette mit bis bis zum propheten dann hat man eine riwayat gelernt jetzt möchte man ja die kiraat lernen möchte jetzt andere riwayat lernen möchte andere lesarten lernen da kann man jetzt eine zweite lernen oder dritte lernen nach gleichem schema wie vorher aber eigentlich wenn die motivation genug ist dann lernt man das Gedicht von imam schatibi rahim er hat ein Gedicht geschrieben heißt ad-durra al-mudiya ad-durrat al-mudiya und dieses Gedicht ist aufgebaut auf das Gedicht von imam schatibi besteht aus 241 doppelfersen und wenn man das zusätzlich gelernt hat man kann es nicht separat lernen man kann nicht das Gedicht alleine lernen man muss es zusätzlich zur schatibi lernen dann hat man 10 qiraat gelernt mit bestimmten Überlieferungswegen die sieben von imam schatibi und die drei der durra weg mit dem auch seiten hat man 10 qiraat gelernt und diese 10 nennt man die 10 kleinen qiraat die 10 kleinen qiraat warum 10 kleine qiraat weil das nur wenige ausgewählte tariq sind zu jedem der 10 Imame führen jetzt durch diese beiden sachen die man gelernt hat nur sehr wenige ausgewählte überlieferungsketten sehr wenige ausgewählte überlieferungsketten das sind man die 10 kleinen als wenn die motivation immer noch da ist dann steigt man zum nächsten gedicht das heißt tayyibat un nasr das hat imam muhammad jazari auch geschrieben und besteht aus 1015 doppelfersen und dieses gedicht beinhaltet dann auf einmal die 10 großen lesarten 10 großen lesarten das heißt also sozusagen alles was uns authentisch was es an mutawatt er erreicht hat nach der Auswahl von imam muhammad ibn jazari ist deutlich aufwendiger weil da gibt es dann wie ich schon mal gesagt habe um die 1000 tariq um die 1000 tariq wir haben gesagt tariq ist jede überlieferung nach einem raben tayyib das war's meine lieben Geschwister wer ist das als schöner einstieg in die wissenschaft der koranischen lesarten und beidhnillahi subhanahu wa ta'ala wenn Allah will versuchen wir insha'allah vom 2. bis 4. April müsste es sein ich gucke nochmal sicherheitshalber nach ja vom 2. bis 4. April da versuchen wir insha'allah in den Osterferien das 7. Seminar dazu zu machen beidhnillahi wo es dann gehen wird über den koran und die orientalisten ursprünglich als ich dieses buch geschrieben hatte war ich hier mit dem buch fertig aber ein wer ist das edler der hat mich darauf hingewiesen dass ich noch dieses kapitel hinzufügen soll weil die orientalisten beschäftigen sich sehr viel mit dem koran karim und die thematik der lesarten ist ein nicht zu unterschätzender angriffspunkt was die authentizität des koran karim angeht und deswegen habe ich gesagt ich widme mich dieser thematik extra und ihr seht das hat auch einige seiten aus dem buch beansprucht ist sicherlich nicht für jeden so besonders interessant aber ich denke es schadet nicht also wissen ist immer nützlich und man sollte auch wissen wie man argumentiert falls jemand dir sagt hier ist der koran da steht das drin hier diese koranausgabe steht es anders drin ihr sagt doch immer es gibt nur einen koran wie geht man damit um war diese thematik all das wollen wir uns genauer anschauen und auch uns berufen auf ein paar standardwerke die die orientalisten auch benutzen stichwort nulldecke um diese leute für ihre aufmerksamkeit und euch schützen und hier sind wir wenn es Fragen gibt dann nehmen wir sie jetzt an bevor wir online prüfung machen wenn man geschwört hat über ein vergangenes ereignis zum beispiel wallahi gestern war ich ein ort so und so und dann schlitt sich aus es war falsch weil man verwechselt hat zum beispiel dann braucht man dafür keine sühne leistung vollziehen sondern vergangene ereignisse da ist die problematik wenn man absichtlich gelogen hat das wäre ein schweres vergehen aber ansonsten wenn man es aus versehen gemacht hat wallahi gestern habe ich den bruder getroffen ah nee stimmt das war vorgestern das ist kein problem das ist verziehen die sühne leistungen beziehen sich auf zukünftige ereignisse wenn man irgendwelche frage kann man nicht daran gewenden gibt es vielleicht facebook oder so am einfachsten wenn es fragen gibt religiöse fragen wenn man in dem wöchentlichen unterricht teilnimmt entweder in der moschee oder online also einfach dabei sein regelmäßig und seine fragen rechtzeitig posten und wenn man nicht drankommt die frage dann beim nächsten mal nochmal posten das ist das beste oder in solchen seminaren kann man auch kommen schaden kann man auch machen während man beispielsweise aufgeführt und seine Hände nicht heben kann einfach man wünscht sich was und man will du machen kann man einfach sagen oh mal bitte gib mir das und das für dua ist keine voraussetzung dass man die hände dazu hebt genau kannst zu Allah direkt sprechen weil es zwischen uns und ihm keine Vermittler gibt und das heben der Hände ist eine zusätzliche Sache die man mit Dua machen kann darf manchmal ist sogar Sunnah dass man es macht und manchmal es keine Sunnah zum Beispiel du bist im Salah am Ende sagst du und jetzt fängst an mit Dua Allahumma salli Allahumma Alam Mohammed und Alam Mohammed richtig und dann sprichst du vielleicht noch andere Dua von dir selbst aus würdest nicht im Gebet deine Hände heben oder deswegen in jeder Situation macht man die Ibad so wie sie überliefert werden aber wenn du im Auto bist als Beifahrer zum Beispiel und hebst deine Hände das ist gut das nicht ist auch in Ordnung keine Voraussetzung für ja ja ich mache es in die Gruppe ja also bei der Dankbarkeit Niederwerfung entscheidend ist man sich einfach niederwerfung für Allah nur in andere Richtung als Qibla du musst es ja für Allah machen richtig deswegen machst du in Richtung Qibla weil das ist das Sujud den wir kennen wir kennen keine andere Richtung aber wenn du auf einem Gefährt bist wie im Zug oder im Auto und so und du hast keine andere dann machst du es am sitzen dann machst du die Richtung die du gerade bewegst und ohne Willow kann man auch machen wenn man nicht Willow kann man auch na 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 man sagt Subhanallah Abdel Aal ne Wallah du kannst sagen was du möchtest es gibt ein Dua Subhanallah der Sajjah der khalaqah und so gibt andere Dua aber wenn Subhanallah Abdel Aal sagst aber du gar nichts sagst du hast Sujud gemacht es geht um Sujud die Dankbarkeit ist die Nieder für Allah weil der gläubige Mensch wenn Allah ihm was Gutes gegeben hat dann ist er so dankbar dass er sich für ihn klein macht als ein Zeichen der Dankbarkeit wenn es noch Fragen zur Prüfung gibt sonst könnt ihr später fragen dass die Bruder die schreiben wollen zur Prüfung ich bin hier deswegen lasst uns erstmal diese Sache machen und dann inshallah mit den Brüder gehen Ich mach das jetzt dann in die